Hi, ich bin Ronja und zeige dir heute die Hochschule Heilbronn. Lass uns direkt einsteigen mit guten Gründen, warum sich für dich ein Studium in der Technik bei uns richtig lohnt. Grund 1. Trendthemen. Ob autonomes Fahren, Recyclingverfahren, Robotik, Umweltschutz oder nachhaltige Prozesse. Bei uns seid ihr am Puls der Zeit und lernt innovative, technische Lösungen zu entwickeln. Grund 2. Praxisnah studieren. Du wendest dein Wissen aus dem Hörsaal im Labor an und arbeitest direkt an Forschungsprojekten mit. So bist du bestens auf deinen Berufseinstieg vorbereitet und für deine Zukunft bei einem der Global Player, zum Beispiel in unserer Region, optimal aufgestellt. Grund 3. Vielfältig und integrierend. Unsere Studiengänge ermöglichen vielfältige fachliche Vertiefungen und eröffnen dir ein fächerübergreifendes Studium, das dir tiefergehende Qualifikation vermittelt. Bei uns hast du alle Möglichkeiten. Wir kooperieren weltweit mit Partnerhochschulen, bieten Deutschkurse für internationale StudieneinsteigerInnen und ein Grundstudium in englischer Sprache an. Du willst mehr über uns erfahren? Alle Infos findest du unter www.hs-heilbronn.de Wir freuen uns auf dich!